Letzter, letzter Teil unseres Livestreams am 8. Oktober, ganz spät schon, späte Stunde kurz vor 11 Uhr. Viele Leute immer noch da, weit über 200 auf YouTube und auf Twitch. Müsst ihr denn morgen nicht arbeiten gehen? Ich bin am arbeiten. Ich mache gerade diesen Livestream. Fühlt sich gar nicht so richtig wie Arbeit an. Fühlt sich sehr schön an. Aber Arbeit muss sich auch nicht immer unangenehm anfühlen. Warum ich darauf komme? Nicht nur wegen meiner eigenen Situation, sondern auch, ihr seht, diese Nahaufnahme. Wenn wir unseren Leuten zuschauen hier in der Stadt, ich bin immer wieder verblüfft, wie glücklich die Menschen aussehen in unseren Städten, wenn sie der Arbeit nachgehen. Hier, habt ihr gesehen? Schaut dir mal ins Gesicht. Ist sie glücklich oder nimmt sie Drogen? Hat jemand ihr was in den Tee getan? Die blicken alle völlig, völlig happy. Die sind permanent glücklich, die Menschen bei uns. Oder sehen wir hier irgendjemand? Schaut mal er. Er hat auch so ein debiles Grinsen im Gesicht. Gibt es irgendjemand hier, der nicht... Guck mal, die winken sich zu... Und dabei geht es denen noch nicht mal so gut. Manche haben noch nicht mal eine Textur. Entschuldigt. Manche geht das mit mir durch. Hochradfahrer, der guckte... Ich weiß gar nicht, ob der freundlich guckte. Und die sind sowieso hier am Wirtshaus. Die sind sowieso immer, immer am Feiern. Immer fröhlich. Selbst die... Der guckte nicht freundlich. Er muss Luftballons verkaufen. Er sollte eigentlich alle anlächeln, sonst bekommt er keine Luftballons verkauft. Und er war der Erste, den wir gesehen haben, der nicht so wirkte, als ob er gerade an einem sehr süffisanten Tee genippt hätte. Und hier überhaupt die Kinder in der Grundschule. Die haben permanent Pause. Die sind nie innen drin, in ihren Unterrichtshäu... Das ist der gestrenge Lehrer oder Schuldirektor. Die haben... Die sind von morgens bis mittags immer bis in den Abend hinein. Immer, immer, immer haben die nur Pause. Stehen hier auf dem Pausenhof rum, drehen an ihren... An ihren Reifen, springen und tanzen und lassen ihre Luftballons steigen, haben Spielgerät. Kommen wir da weiter drauf? Nee, wir können nur gucken von der Seite. Eine Rutsche dort hinten. Auf der Rutsche stehen sie und springen. Könnt ihr vorstellen, dass aus... Wird aus solchen Kindern irgendwann mal was normales? Normaler, vernünftiger Mensch. Leute, die stundenlang nur... Also selbst Waldorf-Kindergärten sind im Vergleich zu den Grundschulen hier auf Anno 1800. Orte von ewigem Stress. Weil die sind doch nur... Die sind nur im Pausenmodus. Lehrermangel fragt. Kilatsch? Könnte sein. Ich weiß nicht. Schott ihr. Also ich weiß nicht. Ich finde das ja einerseits sympathisch, wenn Kinder gerne in der Schule sind. Einerseits denke ich, dieses kleine blonde Mädchen hat einen an der Waffel. Ich kann es nicht anders sagen. Hier, der auch hier. Schockierende Anblicke. Da werde ich diese Nacht albträumen von Schulen von Anno 1800. Entschuldigt, dass ich euch das zumute. Es tut mir echt leid. Wir machen einen Test. Ich habe eine Idee. Wir machen einen Test. Wir verändern mal die Tageszeit und gucken, ob die immer noch dann hier rumhüpfen, tanzen, springen, singen und einen im Tee haben. Wir gehen ganz dicht ran und jetzt... Achtung. Wir schauen erst mal, wie es am Morgen aussieht. Immer noch. Ohne Einfluss. Wie sieht es am Nachmittag aus? 5.40 Uhr am frühen Morgen. Die Kinderchen sind da und lassen ihre Luftballons steigen. Abends um 21 Uhr. Die Kinder hopsen unverdrossen. Das ist Sportunterricht. Das wäre die Erklärung. Dass man denen die Hausaufgabe und Schulaufgabe gegeben hat. Von morgens über mittags bis abends hinein. Immer Luftballons schwenken und rauf und runter hüpfen. Dagegen sind Rohnräder. Pure Entspannung. Und jetzt bin ich gespannt. Was machen sie in der Nacht? Jetzt sind sie weg. Die Kinder sind weg. Sie sind zu Hause. Wenn ihre Eltern sie zu Hause fragen, ihr Lieben, was habt ihr denn heute in der Schule durchgenommen? Dann sagen sie, Luftballons steigen, auf der Stelle hin und her hüpfen, glücklich gucken und Riding Bull verstören und ihm Albträume bereiten. Und euch vielleicht ja auch. Ich weiß es nicht. Das sind keine echten Kinder. Ich sehe gar kein Smartphone, schreibt Zugucker. Stimmt. Auch gespenstisch. Aber lieber WB, der Schulranzen steht noch da oder der Schulrucksack, ne? Echt? Wie du es siehst, ja. Seltsam. Sehr, sehr seltsam alles hier. Wir haben jede Menge neue Investoren bekommen, mal mit 37 und wir hatten eben, wir schauen, ob man mal wieder, ob irgendwo irgendetwas explodiert ist. Und stellen fest, nein. Hier haben wieder Meldungen, dass irgendwelche Lager... Lager... Mal gucken, was das für eine kleine Quest hier ist. Wir haben heute noch keine einzige Quest gemacht von Stadtbewohnern. Fotografieren und einen Bronzerhelm bekommen. Ja, gut gemacht. Vom Leuchtturm von Isabel Sarmento. Das bekomme ich hin. Das ist nicht so schwer. Einmal in die neue Welt. Hallo Eckart. Liebe Grüß an dich. Guten Abend, Herr Müller. Und hier ist der Leuchtturm von Isabel. Nein. Hier vielleicht. Isabel, wo ist dein Leuchtturm? Da ist er. Wird uns auch angezeigt für die ganzen Doven. Also für mich. Mit einem Doppelpfeil darüber. Gut, es sieht so hübsch aus. Ach, das muss ich euch nur zeigen. Ja, ich habe das wiederholt schon als Vorschaubild benutzt. Schaut mal hier hin. Schaut euch das mal. Ich habe das wiederholt schon mal als gepostet. Schaut mal genau. Guckt mal hier hin. Ah, das ist so. Entschuldigt. Ich kann... Schaut mal da hin. Seht ihr das hier rechts? Jetzt hier? Ach, ich kann nicht. Entschuldigt. Das ist... Jetzt so. Jetzt könnt ihr es sehen, ne? Ein Maler an der Spitze des... Und an der Spitze dieses Felsens stehend. Neben dem Leuchtturm von Isabel Sarmento steht da Tag und Nacht. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Ob er auch Nacht steht, weiß ich gar nicht. Malt selbst vergessen. Ich habe schon öfters ein Bild gepostet. Finde ich, das ist eines von diesen kleinen Details. Die finde ich total klasse. Davon machen wir jetzt ein Foto. Von... Wir machen jetzt ein Foto von einem Maler. Meta. Ein Foto von einem Maler, der ein Leuchtturm malt. Machen wir jetzt ein... Hier sind wir noch näher an ihm dran. Von dem machen wir jetzt ein Foto. Schaut euch das mal an. Ist das nicht schräg? Oh, so ist der Leuchtturm nicht drauf. Wir sind zu dicht dran. So klappt das nicht. Wir müssen weiter weg. Jetzt ist der Leuchtturm wieder weg. Das ist ja komisch. Nur wenn die Pfeile da sind. Wir können nicht dicht da rangehen. So geht's. Nein. Ist der Leuchtturm wieder weg. Davon mache ich mir jetzt einen Screenshot. Ich glaube, das geht mit Druck bei Anno. Habt ihr gehört? Im Hintergrund ein Geräusch? Ja. Ich habe jetzt ein Meta-Ebene. Ich habe jetzt ein Screenshot von dem Foto gemacht, wo wir einen Maler ablichten, der ein Bild malt. Meter, Meter, Meter. Foto abschicken. Jetzt schicken wir das Foto an der App, aber nicht den Screenshot, sondern das Foto. Ah, ist das kompliziert. Ja, einmal geschafft. Und was kommt jetzt rein? Eine neue Aufgabe. Hinter dem Horizont 2, aus einem anderen Gesichtspunkt, segeln Sie hier hin und holen Sie sich Ihre Belohnung ab. Der Kunsthandwerker ist sehr von den Fotografien aus dem Museum inspiriert. Neues Design, Inspiration aus der neuen Welt, bla bla bla. Da gibt es den Bronzehelm. Wo ist das denn? Hier müssen wir hinsegeln? Nein, wir müssen nicht hier. Das ist ein Fehler in der Übersetzung. Wir müssen hier nicht hinsegeln, wir müssen hier hin geleiten. Hier holen wir die Belohnung ab. Und wo segeln wir hin? Segeln Sie nach Artisan Starter Object. Das ist eine technische Bemerkung. Das ist ein Fehler in der Übersetzung. Vom Kunsthandwerker, das Startobjekt. Wo muss ich denn jetzt hinsegeln? Puh. Hier muss ich hin. Aber ein Foto machen davon nicht. Belohnung einsammeln, darauf klicken, reicht nicht. Das ist irgendwas verbuggt. Erinnert sich an die Aufgabe, die ist irgendwo anders. Aber wo? Wir schauen mal wieder hier. Aha, ist sie hier? Da ist nur eine Aufgabe verfügbar. Ist sie hier? Da ist eine andere Aufgabe verfügbar. Ist sie in einer neuen Welt? Weil das sind die einzigen Sachen. Schaut mal links in der Minimap. Hier ist noch eine Aufgabe. Auch eine Aufgabe bei ihr verfügbar. Das machen wir alle später. Wo könnte die Aufgabe sein? Wo könnte die Aufgabe sein? Hier könnte sie sein. Aber das ist eine Einwohneraufgabe bei uns. Aber das ist eine Einwohneraufgabe bei uns. Hier könnte sie sein. Das ist eine Aufgabe bei ihm. Tut mir leid. Da unten. Da ist noch was. Aufgabe verfügbar. Das sind die drei roten Punkte hier. Also wenn ihr nichts seht, was ich nicht sehe. Da könnten wir noch in Cup for Law nie gucken. Aber ich glaube, das war es. Sag es ihm bitte, Punisher. Was muss man mir denn sagen? Ja, ich habe es gerade auch gelesen. Du brauchst keine Screenshots von Fotos zu machen. WB, die Fotos werden unter deinen Dokumente an 1800 Screenshots automatisch abgeguckt. Echt? Das ist ja interessant. Das wusste ich noch gar nicht. Danke an Mörtel, glaube ich, für den Hinweis. Spannend. Hier ist noch was. Aber das ist, glaube ich, auch nur eine fremde Aufgabe. Ja, also ich habe keine Ahnung, wo das sein soll hier. Anklicken kann ich dir nicht. Ist ja noch was anderes daneben. Hier steht Belohnung einsammeln. Nein. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe mir was du da siehst, lieber WB. Da wohl ein Pfeil drüber ist. Kannst du dir anklicken daneben. Bitte nochmal. Also diese Leute, die hier stehen, was du mit dem Pfeil, die du kennst. Genau. Die versuche ich die ganze Zeit anzuklicken. Aber wenn ich die anklicke, kommt der Hinweis, dass ich an meine Aufgabe erinnert werde. Das heißt, der Tooltipp sagt hier, Belohnung einsammeln. Aber das machen wir ja durch klicken. Wenn ich das mache und darauf klicke, dann gibt es stattdessen hier rechts einen Hinweis, dass ich erst mal meine Aufgabe zu erfüllen hätte. Also, wir kommen ja nicht weiter. Da habe ich jetzt auch keine Lust, mich da noch weiter drum zu mühen. Ist Buggy, meint Mörtel und das glaube ich mittlerweile auch. Ist ja nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. So, was könnten wir jetzt noch machen zu so später Stunde? So, noch ein bisschen basteln hier. Wir haben uns den ganzen Stream über hier um die Einwohnerschaft hier gekümmert. Also, ich würde gerne tatsächlich noch mal schauen, ob wir noch ein paar Investoren dadurch bekommen können, dass wir ein paar Häuser hin und her tricksen und schieben. Das sollte eigentlich möglich sein. Nämlich, wir brauchen Häuser, die in der Nähe sind der Universität und außerdem in der Reichweite des Kraftwerks. Und die können wir aufleveln, sodass wir am Schluss aus den Ingenieuren die Investoren machen können. Oder, also hier ist die Uni, das ist das Kraftwerk. Oder alternativ verschieben wir ein Investorhaus dorthin, wo im Augenblick so ein solches Gebäude zum Beispiel steht. Ein fröhlicher Arbeiter. Wir können auch die Häuser hier aufleveln. Geht auch. Aus denen allen wird dann was Cooles gemacht im Laufe der Zeit. Hier ist das Kraftwerk. Wir sollten eigentlich alle Gebäude in der Reichweite des Kraftwerks aufleveln. Vor allem alle, die im Norden sind, Richtung zur Uni. Das heißt, auch diese hier insbesondere. Die müssen alle eins rauf. Wir werden allmählich die Bedürfnisse gefüllt. Nochmal einen Blick auf das Kraftwerk. Hoppla, ich habe die Karte gedreht. Hier ist das Kraftwerk. Die können wir alle aufleveln. Die sind alle aufgelevelt. Bis hierhin reicht es nicht. Hier, die können wir noch aufleveln. Ja, das reicht bis hier vorne. Okay. Einmal, zweimal. Hier, die leveln wir auch auf. Und dann könnten wir auch schauen, ob wir noch ein bisschen tricksen können durch Straßen. Aber wir haben hier überall schon die besten Straßen. Was wir machen könnten. Wir könnten die Uni ein Stück nach unten setzen. Das ist die Idee. Warum sind wir nicht früher da rauf gekommen? Wir müssten ja die nur in die Mitte des Parks setzen. Weil die muss gar nicht. Hier die Gebiete hier außen, die müssen alle nicht von der Uni erreicht werden. Aber hier unten, in Kraftwerksnähe, da gehört die Uni hin. Da brauchen wir keine zweite Uni. Wir setzen ein. Das ist die Idee. Natürlich. Wir setzen die Uni hier hin und setzen den Park hier oben hin. Es ist so naheliegend. Das machen wir sofort. Dafür müssen wir den Park ein bisschen verändern. Aber das ist nicht so schlimm. Das machen wir jetzt sofort. Ha! So simpel. Na, es kann auch sein, dass es Items gibt für solche Zwecke. Aber wir haben keins. Da hatte ich, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Und ich habe auch keine Lust jetzt auf Items. Ich bin ja nicht so der Typ, der ständig... Die Investoren brauchen keine Uni? Nein. Das gibt es ja gar nicht. Die Investoren... Wer hat denn den Tipp gegeben? Nado? Einfach die Investoren und die Ingenieure dann austauschen. Das ist ja eine Idee. Das ist ja der Trick 17 jetzt. Das heißt, nach dem Aufstieg geht dieses faule Pack nicht mehr zur Uni. Unfassbar! Das ist ja ein Ding. Ja, dann machen wir das. Dann, ähm... Das ist noch naheliegender. Aber es muss in Reichweite bleiben zum Kraftwerk. Ja, wir müssen einfach die blauen Häuser nach oben und die Turkisen nach unten. Innerhalb dieses Gebietes. Das heißt, hier, die zum Beispiel so umtauschen. Das kriegen wir hin. Da verschaffen wir erstmal einen Platz, wo wir die immer parken können. Hier. Ja, so machen wir das. Kraftwerk. Ja. Da ist der Uni-Zugang nicht da. Hier ist der Uni-Zugang. Hier sollte er gleich gegeben sein. Jetzt ist der Uni-Zugang hier. Jetzt fehlt sein Kaffee. Der kommt noch. Das ist wirklich eine gute Idee gewesen. Das ist eine coole Idee. Fühlt sich aber ein bisschen komisch an, oder? Weil es ja nicht so auf Dauer angelegt ist. Ich weiß nicht. Wir machen es jetzt trotzdem. Haben wir hier noch einen Blaus? Hm. Das machen wir gleich. Die Motorenfabrik läuft nicht. Dampfer-Schienen haben wir in den rauen Mengen. Alles gut. Das reicht hier. Die müssen wir nachher auch erstmal alle versorgen hier. Uni ist zu weit weg. Strom ist aber da. Ist hier auch Strom? Ja. Dann machen wir hier noch ein bisschen was. Oh. Das können wir sowieso da hinlegen. Puzzeln wir ein bisschen. Das reicht erstmal eine Weile aus. Da können wir verdammt viel machen. Dazwischen. Fehlt auch die Uni. Aber damit können wir gleich eine ganze Menge machen. Lassen wir mal weiterlaufen hier. Wäre Städtebäume im Real Life nur genauso einfach. Schreibt Zugucker. Wahre Worte. Ja. Jetzt warten wir noch einen kleinen Moment, bis wir die upgraden können. Bis die ihre Bedürfnisse voll haben. Kaffee. 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 Ja. Die Investoren brauchen viel mehr Kaffee. Wir haben mittlerweile mehr Investoren. Schon wieder die Kaffee Problemchen. Das gibt es ja gar nicht. Vielleicht können wir ja auch Kaffee irgendwo mal einkaufen zwischendurch. Oder noch mehr Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kann man bei Isabel eigentlich Kaffee kaufen? Ist keine Lösung auf Dauer. Mal schauen. Baumwollstoff kann man hier kaufen. Zucker. Kakao. Wir kommen nicht drum herum, noch mehr Kaffee zu produzieren. Wir kommen nicht drum herum. Vorher ein bisschen Diplomatie betreiben. Kann man genug Kaffee produzieren bei Arno? Mein finsterer Verdacht ist... Nein. Madame Kahina verkauft Kaffee. Schreibt Team Space Beat. Guter Tipp. Ein Geschenk. Ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Ah, wie selbstlos. Du, altes Fossil. Über 60. Oh, über 100. Ich bin stolz darauf, mir den Anstand bewahrt zu haben, angesichts dieser Umstände. So. Zwei Sachen. Erster Schritt. Kaffee kaufen. Tipp aus dem Chat, Madame Kahina. Das heißt, wir schnappen uns eines unserer fetten neuen Frachtschiffe hier. Er hat Druck im Kästchen. Ne. Ich habe mir Marcel beleidigt. Der würde denken, ich hätte ihn Fett genannt. Das kann ich nicht machen. Die Lootbox. Die nehme ich mir. Lootbox. Marcel, du bist es nicht. Definitiv nicht. Wir haben uns ja auch gesehnt. Garantiert nicht. Ich hoffe, Marcel ist schon ins Bett gegangen. Ich glaube, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Wir schicken die Lootbox rüber nach Madame Kahina. Das war, glaube ich, hier. Ja. Und. Oh. Und schauen auch mal, ob das stimmt, dass man hier Kaffee bekommen kann. Ja. Fein. Dann werfen wir noch einen Blick. Auf die Kaffeeproduktion in der Neuen Welt. Immer noch über 200 Zuschauer. Liebe Grüße. YouTube und Twitch. Viele Leute unterwegs. Mittlerweile immer noch der 8. Oktober. Nächster Stream am Samstag. Warsaw. Das Runden-Taktik-Spiel ab 20 Uhr mit einem Special Guest. Mit Jörg Friedrich, dem Creative Director von Through the Darkest of Times. Der ist Gast, wenn wir die Partie fortsetzen. Und nächsten Dienstag. Endless Pace 2. Und danach Donnerstag oder Samstag geht es wieder weiter mit Anno. Was sollten wir schauen? Neue Welt, genau. Das mache ich mal weg hier. Wir wollten Ausschau halten nach Kaffee. Wo wir im Augenblick... Kaffee nach Bullstadt. ...wird von schwarzem Gold aus nach Bullstadt transportiert. In welchen Mengen? Mit einem Frachtschiff und zwei Klippern. Das reicht garantiert. Wie sieht es denn aus in schwarzem Gold mit dem Kaffee? 23 Tassen. Tassen. 23 Tassen. Natürlich kann das nicht reichen für die Investoren. 23 Tassen. Das müsste man hektoliterweise rüberbringen, das Gesöff. Da nicht ein kleines Tässchen. Unglaublich. Die trinken... Zuko hat recht. Die trinken vermutlich gerade so viel Kaffee, weil die so viele WB-Tassen bekommen haben. Das könnte sein. Es kommen immer noch neue Leute rein. Hallo, Fries. Kaffee bauen. Kaffee produzieren. Die Insel wird langsam immer voller. Wir haben fünf Kaffee-Röstereien. Neun Kaffee-Plantagen. Schauen wir mal, ob wir genug Kaffee-Bohnen hier haben. Oh, zu wenig Kaffee-Bohnen. Im Insellager sind keine Kaffee-Bohnen mehr. Das ist das Hauptproblem. Aber wo? Wir haben langsam gar keinen Platz mehr. Echt? Nur hier kann man Kaffee bauen? Tatsächlich. Irgendwann sollten wir uns überlegen, dass wir uns noch eine weitere Insel schnappen. Ihr wisst auf welche Weise. Nicht auf die friedliche. Auf kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Dass wir die aufkaufen. Mal gucken. Erstmal, noch ist hier ja ein bisschen Platz. Und zwar. Hier. Eine Kakao-Plantage. Braucht man denn Kakao? Gibt es denn nur hier Kakao? Mist, auch hier gibt es nur Kakao. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Wir haben ja Schokolade in rauen Mengen. Die Schokoladenfabriken. Finden sich alle hier. Kein Kakao mehr da. Ja. Zucker in rauen Mengen. Okay. Signal ist angekommen. Also die sollten wir schon mal ausbauen. Zack. Dann wird es hier allerdings sehr voll mit der Lagerhalle. Ist das nur eine Lagerhalle hier? Wir bauen hier noch eine. Und beginnen hier Gold vorkommen. Wir müssen hier mal alles ein bisschen zubauen. Das heißt, wir machen hier eine Verlängerung. Nach oben hin. Wie machen wir das denn jetzt hier? Hier werden wir wahrscheinlich auch mehrere Lagerhallen brauchen. Stadt. Lagerhaus. Wo ist die nächste Feuerwehr? Kommt die bis dahin? Ja. Da kommt das Lagerhaus hin. Hier machen wir ein bisschen Platz. Ergänzend ist hier vorne hin. Dann eine weitere Kakaoplantage. Nee, ne? Eventuell doch. Aber wir haben so viel Schokolade. Wir beginnen erstmal mit dem Kaffee. Den brauchen wir auf jeden Fall. Kaffee war hier unten. Genau. Wir mobsen uns. Mit dem Kopiermenü. Eine Kaffeeplantage. Eine hier hin. Zwei. Hier rüber. Ne, das ist ja Quatsch. Wir machen hier noch mehr Platz. Wir reißen hier noch ein bisschen was ab. Dann setzen wir das hier oben rauf. An den Rand. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Und hier oben noch was an den Rand. Und hier oben noch was an den Rand. Gehen wir hier hin. Holen uns noch ein weiteres Item. Eine Fremdenführerin. Machen wir jetzt leider zurück. Gibt keinen Zurück-Button. Sind jetzt wieder hier. Bauen jetzt hier die Kaffeeplantage hoch. Gehen hier bis an den Rand hin. Nutzen alles, was man machen kann. Die Dienste eines Konkurrenten wird belagert. So. Wir müssen ein bisschen, wenn die Mine dran geht, ein bisschen Platz noch lassen, dass man die erreichen kann. Das muss man anders machen. Das hier. Hier hin. Das 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 hier hin. Ach, das ist Quatsch. Da suchen wir dann gleich richtig. Dann machen wir das, ähm... Drehen wir das einmal mit der eigenen Achse. Das kommt hier hin. Braucht das ein Stück Straße neben dem Lagerhaus? Ich weiß es nicht. Sicherheitshalber setze ich mal ein. Ich glaube zwar nicht, dass man die braucht, aber es kann nicht schaden. Na, einmal abwählen. Ach, das gibt es doch gar nicht. Warum lässt sich das nicht mit rechts abwählen? Jetzt klemmt es hier gerade. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt aber. Hier wieder hin. Das, was ich mir dabei gedacht habe, das gibt es doch gar nicht. Das ist total um... Ist egal. Bald ist es egal. Jetzt hier rüber. Hier lang. Hier hin. So. Jetzt haben wir noch zwei Stück. So. Und jetzt... Ähm... Also, ich glaube mal, das konnte man noch einfacher lösen. So. Da kommt nachher die Goldmine hin. Das konnte man wirklich einfacher lösen. Oh Gott, habe ich das kompliziert gemacht? Entschuldigt. Das ist mir richtig peinlich, was ich hier gebaut habe. Das ist ja viel zu kompliziert. Ich merke, das ist die vorgerückte Stunde. Es tut mir herzlich leid, aber das mache ich jetzt nicht. mir noch zu Ende. Das geht alles viel, viel einfacher. Es ist mal peinlich, aber es lässt sich nicht ändern. Das war alles ganz, ganz kompliziert. Wir ziehen erst mal die Straße. Die ist hier. Hier geht es runter. Hier geht es zum Lagerhaus hin. So. Das nochmal weg. Dann setzen wir eine Kaffeeplantage hier hin. Die kann von zwei Seiten aus bebaut werden. Das geht auf jeden Fall. jetzt bekommt die ihren Kaffeeplätze. Jetzt bekommt die ihren Kaffeeplätze. Jetzt bekommt die ihren Kaffeeplätze. Ja, jetzt so geht es. Jetzt bis hier hin. Das bis hier hin. Jetzt haben wir noch vier Felder. Jetzt nehmen wir noch die hier. die Straße hier rum. Ja, so klappt es. Jetzt kommt das hier hin. Ja, so funktioniert es. Und jetzt können wir das Teil hier dort stehen lassen. Gehen hier rein. Ja, jetzt funktioniert es. Jetzt ist alles gut. Dann können wir das hier noch wegmachen. Jetzt funktioniert es. Hier kommt später die Goldmine hin. Ja, sehr schön. Jetzt klappt es. Jetzt füllen wir hier noch die Lücken bis zur Küste. Hier geht es hoch. Das ist ein Ölfeld. Dann nehmen wir uns noch eine Feuerwehr. Die kommt hier hin dazwischen. Und dann haben wir hier noch die Kaffeefelder können wir hier noch komplett machen. Jetzt glaube ich es ja hinten rein. Im Zingeln hier. Bisschen hinten. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir zwei neue Kaffeeplantagen gebaut. Wir gehen nochmal rein in die Verbrauchsgüter und stellen fest. Kaffeeplantage, zwei Kaffeeplantagen auf eine Kaffee-Rösterei. Wir hatten aber auch zu wenig Kaffee eben. Grundkaffee, Kaffeebohnen. Dann jetzt auf der Insel fünf auf zehn. Das sollte so eigentlich passen. Wir haben genug Bewohner. Wir setzen noch was drauf. Ach, das machen wir später. Das machen wir beim nächsten Mal. Also jetzt haben wir die Kaffeeproduktion ja schon mal verbessert. Das ist soweit so gut. Wir können das beim nächsten Mal aber noch eins draufsetzen. Hier bauen wir was auf. Damit wir beim nächsten Mal keinen Stress haben, gehen wir raus ins Diplomatie-Menü ein letztes Mal, bevor wir aufhören und sorgen dafür, dass wir uns um die Leute noch ein bisschen kümmern. Mit den Fischen kann man bessere Geschäfte machen. Du hast völlig recht. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Du Dinosaurier! Haben jetzt uns um alle gekümmert. Gehen hier nochmal raus und starten das nächste Mal in der neuen Welt. Entschuldigt bitte. In der neuen Welt und da, wo wir eben mit dem Kaffee waren, damit wir beim Start auf jeden Fall wissen, hier geht es weiter. Das heißt, hier werden wir beim nächsten Mal noch weitere Kaffeefelder bauen. Eine Aufgabe für alle, die jetzt noch dabei sind und beim nächsten Mal beim nächsten Mal mir helfen wollen, mich dran zu erinnern. Wir werden auf jeden Fall mit dem Safe Game hier starten. Aber wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid, schreibt mir doch einfach im Chat, Vibi, du bist deshalb in der neuen Welt und du bist deshalb hier unterwegs, weil du noch mehr Kaffeeplantagen bauen wolltest und Kaffee-Röstereien. Die sind jetzt im Verhältnis 1 zu 2. Erinnert mich beim nächsten Mal dran. Macht mit! Im Ernst, schreibt mir das beim nächsten Mal. Ich stoppe mal die Aufzeichnung. Dann haben wir noch 4-5 Minütchen, wo wir uns eine gute Nacht wünschen können, entspannt im Chat. Aber das war dieser, das war die Aufzeichnung.